Ich habe noch was Nettes entdeckt und zwar kann man hier bei der Volksbank die Kuh wortwörtlich melken. Wenn ich kurz fragen darf, wo steckt da der Hintergrund? Wir wollen für einen guten Zweck etwas spenden und wir sammeln die Liter letztendlich, schreiben die jeden Tag auf und pro gemolkenen Liter spenden wir 1 Euro an die Streetwatchers hier in Weihe. Oh, das geht dann sogar noch in regionale Hände. Das finde ich super. Dann probiere ich mich gleich mal. Ach, Randa. Ich habe eine Minute Zeit somit. Super, ich bin eine geborene Milchbäuerin. Okay. Achtung, fertig und los. Boah, klasse. Da kommt der Richtige was raus. Oh, meine Fingermuskulatur. 30 Sekunden haben wir geschafft. Oh, meine Finger. Jetzt nochmal die zweite Halbzeit. Einmal... Oh. Ihr Streetwatcher seht, was ihr wert seid. Und jetzt gleich die Lohn. Oh, wow. Das war gerade die anstrengendste Minute in meinem ganzen Leben. Ich habe das für die Streetwatcher gemacht. Und da ich ja weiß, dass Frank Seidel und Sonja immer gerne und tatenkräftig dabei sind, die Liter ging an euch und an alle anderen eurer Kollegen. Macht das fleißig weiter. Ich glaube, ich habe echt viel da reingehauen. Haben wir gut gemacht, Kuh, ne? Muuu. 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 Vielen Dank.